Die Technik von Renate Buri 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 Hallo zusammen, ich bin Renate Buri, 21 Jahre und 4. Lehrjahr als Polymechaniker. Heute zeige ich euch mehr von meinen täglichen Arbeiten. Meine Hauptaufgabe ist die Fertigung von mechanischen Werkstücken. Seid das können sie drehen, fräsen oder bohren. Zudem machen wir auch Prüfmittel und Hilfeverrichtungen, damit Arbeitsschritte einfacher und schneller gemacht werden können. Wenn du Polymechaniker werden willst, musst du logisch denken können. Zudem sollten die Fächer Mathematik und Physik Spass machen. Und die Faszination an Technik sollte gross sein. Bei Gilgen sind wir rund 40 Lehrlinge. Bei Polymechaniker sind immer zwei Lehrlinge pro Jahr. Das ist in der Schule sowie auch im Betrieb ein grosser Vorteil, damit man sich so unterstützen kann. Das Arbeitsumfeld ist sehr gut. Die Arbeiten sind hilfreich und haben ein grosses Wissen, das sie gerne weitergeben. Ich komme jeden Tag mit Freude arbeiten und bin gespannt, was man heute für Arbeiten macht. Wenn ich deine Interessen geweckt habe, dann bewege dich bei uns. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich. Ich hole dich. Ich hole dich.